hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren part es gibt es zwei im wilden westen und ich werde auf die fresse bekommen möchte ich jetzt wird sich zum appell schaffen für euch dich und das nur wegen dem huren so der meine zelle gehen muss okay ich hab's geschafft ich habe noch nie so geschwitzt wie gerade glaube ich hier nehmen wir es einfach mal was könnte ich eigentlich noch mal liefere klebstoff 10 10 25 es ist eine mission durch 90 bekommen wird jetzt und schlüsse riskieren so weiß ich nicht würde ich nicht so wirken wir müssen echt auf die brechis hoffen anders wird das nicht fürchte ich naja wo ist das halt wobei dann kann ich das abschließen mit mandrezio er hat einen job oder das kann ich jetzt auch nicht mal wenn ich verfolgt werde eigentlich aus welches kiosk wird aber auch nicht wenn er sich darum versteckt was ist er denn für er kommt doch her do pitch meine fresse er ist so eine posse aber auch so selten so eine posse gesehen hallo gott war eigentlich ich weiß noch nicht wieso ich da was machen soll aber naja vielleicht irgendwie ist das so ein geheimer fetich oder so ich nehme mir mal das hier mit mit feier fälle und um ihn halt noch schlechter sich fühlen zu lassen als ohnehin schon junge was habt ihr für vorstellungen ja bau 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 er läuft die falsche weg lang achte wo er immer dieser tour mcdonald kann der meinung kann es also nicht ja ich wollte ihm gerade einer reinhauen aber mich unentschieden hier ja das problem ist es gibt kein job anscheinend hier aktuell das obwohl wir dringend einen brauchen dringend einen brauch mit brech hieß also ja gott mal wieder zeit niemand geht hier meine zelle rein egal welcher charakter das ist niemand geht hier rein die lernts aber auch nie ne kann ich den nicht im klo und das ist besser ich weiß auch nicht warum ich im büro klar meine ich fest halte aktuell aktuell bringt die und zeit gar nicht ja statt alufolie weil ich hätte nicht ob wir die hier überhaupt verwenden ich glaube in einem gefängnis kann war die auch relevant für irgendwas halt bin mir nicht so sicher hier geht wird ich warte trotzdem noch ein bisschen ach so das ist mein zellen genossen wir waren rolle ja kann nicht machen und dann ist er ein bisschen verfrüht vorbei weil ich noch was zu erledigen so kann es gehen so kann es gehen erst bei einem job oder nicht ja das ist ja in ordnung aber das problem ist ich finde keine wie komme ich damit zurück in meinem z ich gehe nicht zum mittagstert und steht ich muss zum appell auch wenn das doch mit Junge nimm das doch mit ey ich sag mir die pakete aufheben als mir die pakete aufnehmen du bist so ein scheiß dreckiger dummer kürbiskopf meine güte ja du du spaß die mit einer hässlichen fresse du holst das brech hier wieder im nächsten part und wenn ich dich umbringe alter mal ist dadurch nicht auch der gefallen weg kann sein ah nee den habe ich abgeschlossen meine wie auch immer wir sehen uns beim nächsten part an den noch nicht ganz erstmal zum appell gut wir sehen uns im nächsten part wieder ciao leute